Hi, mein Name ist Anastasia. Ich studiere im zweiten Semester Marketing Management Adermarkom Media Hochschule in Stuttgart. Ich wollte unbedingt in Baden-Württemberg studieren und ich habe mich erkundigt und habe gesehen, dass Stuttgart eine super Uni-Stadt ist, mit sehr vielen Studenten und einem schönen Studentenleben und deswegen habe ich mir erst mal Stuttgart ausgewählt. Und dann war die Frage etwas mit Medien, etwas mit Marketing, mit Management vielleicht. Und ich habe mich mehr connect und habe über die hdm gefunden, das ist eine staatliche Uni und über die Makromedia. Und ich habe beide besichtigt und ich war von der Makromedia von Anfang an überzeugt. Also das ging einfach ganz locker. Wir sind in ein Büro reingegangen. Ich habe mit Frau Langenberg gesprochen und sie hat mir die Uni gezeigt und die Kurse und wie so ein Saal aussieht, wie die Dozenten sind. Veränderungen sind ein Teil meines Lebens und glaube, ich werde immer ein Teil meines Lebens sein. Und von daher denke ich, dass dieses Fach Marketing Management wirklich zu meiner Persönlichkeit passt. Bitte seht mich nicht an! Oh nein. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018